Das ist quasi Timegeblock. Du hast einen Shutdown zu einer bestimmten Zeit und dann schiebst du halt die Tasks dann auf den nächsten Tag. Also der Shutdown ist ja immer, der plant, also der schließt quasi alle Sachen ab. Was ich halt sehr, jetzt in meiner Arbeit sehr schön finde, ist, dass das Konzept eine, also rechts auf der Seite gibt sozusagen den Timeblockplan mit den Zeiten und links gibt es die, also ohne jetzt auf diese Metrics, die er immer wieder gerne erwähnt, quasi einzugehen, gibt es eine Spalte für Ideen und eine Spalte für Tasks. Und das habe ich die Woche gemerkt, das ist unheimlich gut, sowas zu haben, weil er sagt nämlich, das ist etwas, das kann man eben im Shutdown verarbeiten. Also da geht es darum, dass wenn ich in meinem Timeblock bin und während dem Lesen kommt mir irgendeine Idee oder es kommt irgendeine Task, die ich aus diesem Inhalt, den ich bearbeite, herausnehmen kann, dann nehme ich meinen Timeblockplaner, schreibe bei der Idee hin die zwei Sätze, die mir dazu einfallen und fertig und kann wieder weiterarbeiten. Dann haben wir nämlich dieses Switching auch nicht allzu hart kognitiv, dass ich dann sofort weg bin, sondern kann zumindest wieder arbeiten und dementsprechend meinen Shutdown, gehe ich meine Ideen durch, übertrage ich in meine To-Do-Liste oder in meine Projektliste. Die Tasks übertrage ich vielleicht sofort in meine direkte To-Do-Liste und kann dementsprechend auch den nächsten Tag gleich weiter planen.